Am Donnerstag vergangener Woche wurde Manfred Lamek beigesetzt. Der 91-Jährige war sechs Jahre an der Spitze des Seniorenbeirates der Stadt tätig, war aber Gründungsmitglied und arbeitete viele weitere Jahre aktiv im Vorstand mit. Damit hatte er großen Anteil an dem, was hier geschafft wurde. 2013 erhielt er die Ehrenmitgliedschaft in diesem Gremium der Stadt. Geboren in Berlin, hatte Manfred Lamek in Sezin in einer kleinen Dorfschule seinen Dienst als Lehrer und gleichzeitig als Schulleiter begonnen. Mit seiner Frau Elfriede kam er 1955 nach Güstrow und war in der Pädagogischen Hochschule als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Dem Ehepaar war vergönnt, die eiserne Hochzeit miteinander zu feiern. Zuvor hatten sie im Leben einiges an Leid erfahren. Von drei Kindern lebt noch ihre Tochter Marita. Auch zwei Enkelkinder hatten Elfriede und Manfred Lamek bereits verloren. Doch die Familie war ihnen bis zuletzt sehr wichtig. Seit dem Tod seiner Frau vor drei Jahren allerdings hatte sich Manfred Lamek immer mehr zurückgezogen. Das hielt ihn aber nicht davon ab, seinen 90. Geburtstag mit Freunden und ehemaligen Kollegen noch zu feiern. Das hätte Elfi so gewollt, war er sicher.